Diese große Ordnerbox ist im Inneren mit zwei Froschtaschen aus Karton ausgestattet. In diese können Sie ganz einfach Ihre losen Inhalte, wie beispielsweise ein Prospekt, einlegen. Diese beiden Stopper verhindern das Herausfallen Ihrer Inhalte. Natürlich können Sie Ihre Ordnerbox mit sämtlich aufgeschweißten Taschen, wie diese Visitenkartentasche, erweitern. In diesem Fall wird die Ordnerbox durch einen Klettverschluss geschlossen. Es gibt aber auch sämtlich andere Verschließmöglichkeiten. Für diese klicken Sie ganz einfach auf das Video mit dem Titel Ausstattung.